Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch herzlich willkommen zurück zu Zins of the Solar Empire Rebellion. So, wir sind gerade wieder dabei, unsere Flotte aufzurüsten und sind nur einen Sprung entfernt vor unserem ersten, ja ersten Opfer könnte man sagen. So, ich lasse euch mal hinfliegen. So, ich würde gerne, machen wir mal vier Aufklärer und die würde ich da gerne reinschicken und dann, klar, direkt auf automatische Erkundung, damit sie wieder abhauen. Aber so, dass wir einmal wissen, was da los ist. So, Ressourcen. Ganz wichtig, Geld. Und den Rest können wir uns später. Aber im Grunde sollte jetzt geschlagen sein. Was haben wir hier im Zivil? Da gibt es noch irgendwo Ozeant. Da, Tiefseebau. Das nehmen wir einmal mit. So, und jetzt... Also jetzt müssen wir jetzt mal warten, dass die Flotte hier ankommt. Ganz wichtig. Reparatur werft. Ich schicke mir da mal alle hin. Und da sollten auch schon unsere Schiffe sein. Bauwerk komplett. So. Ah. Bin schon da. Unterweg. Wohin jetzt? Ich habe schon wieder WSAD benutzt. Ihr werdet jetzt einmal dorthin gehen. Und das aktiviere ich. Unsere Flotte wird angegriffen. Ja, unsere Flotte greift wahrscheinlich auch selber irgendwo an. Ja, ist das Schöne. Die müssen hier immer durch. Wir könnten... Also hier wird sich echt eine zweite Raumstation lohnen. Die ist echt stark. Und wir könnten... Äh, unverwissliche Hülle machen. Noch einmal mehr. Jetzt bedingt Festung wäre natürlich super. Darauf sollten wir auf jeden Fall setzen. Ich warte erstmal ein bisschen mehr Credits haben. Oder erforsche erstmal... ...nen zivilen Bereich hier. Ein bisschen was. Asche Erschließung. Bauzeit und Kostenverringerung nehmen wir mal mit. Ja, hier müssen sich immer durchkämpfen. Sind aber natürlich ziemlich im Nachteil. Wir sollten hier auf jeden Fall ein Minenfeld anlegen. So. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Ja, da brauchen wir noch mal ein paar Schiffe. Ich denke, das schaffen die. Da kloppen sich oben. Das sind sogar eigene noch von mir. Also einer. Du kannst bitte mal hierher. Gut. Können wir jetzt... Hangar Bucht und erforschen. Schreibt in die Schlacht ein. Bauwerk komplett. Äh. Genau. Können wir erforschen. Undock Parts wäre auch nicht schlecht. Verbesserte Destabilisatoren könnten wir auch machen. Jetzt machen wir mal als nächstes. So. Dann könnten wir hier... Bisschen Produktion reinsetzen. Mit Konstruktionsbuchten. Und... Vielleicht noch eine Handelseinrichtung. Das sollten wir in Allgemein bei den Ganzen machen. Das sollte hier gut geschützt sein. Ich möchte hier auf jeden Fall oben noch eine Festung haben. Und da auch. Und hier natürlich auch. Sind eigentlich alle da? Das reicht nicht mal im Ansatz. Nicht mal im Ansatz. Wir könnten auch erstmal da oben. Aber ich will die Welt da oben gar nicht. Wir warten mal ab, was unsere Kundschaft da sagen. Und dann schauen wir mal rein. So wie wir ihn jetzt zurückgedrängt haben, haben wir auf jeden Fall einen Vorteil. Ich bin mal gespannt. So. Die mögen uns eigentlich. Der mag uns auch. Sogar die mag uns. Obwohl wir ja angegriffen haben. So einigermaßen. Okay, verhasst, aber... Forschung abgeschlossen. Ja gut, im Grunde sind wir überall verhasst. Wir treten in die Schlacht ein. Naja, im Grunde mögen die uns alle nicht. Was soll's. Das sind die Aufklärer. Forschung abgeschlossen. Und da kommen noch ein paar hinterher. So. Können wir da noch forschen. Verbesserte Zielkontrolle. Auf jeden Fall. Wir brauchen noch zwei zivile Stationen. Bauen wir mal. Sollten wir da auch bei 8 sein. Dann können wir alles erforschen. Gibt's was für mich zu tun? So, ihr seid Flotte 1. Und jetzt einmal aufpassen. Wenn es zu übertrieben ist. Müsst wir halt nochmal warten. Also ich bin bereit. Alle leichten Fregatten zu opfern. Rein da. Definitiv. Sie sind der Boss. Ah, wieder. B.S.A.D. Also. Da ist ja gar nichts. Ganz ehrlich. Rein. Okay, wir sammeln erst. Erst sammeln. Gut. Forschung. Ich möchte hier nochmal einen Punkt reinsetzen. Riesige Laderäume. Aber auf jeden Fall verbessert unsere Handelsschiffe und Raffinerieschiffe. Ein tausende, ein hunderte nächste. Machen wir. Bauwerk komplett. Zusätzliche Credits benötigt. Und dann können wir da einmal rein und dann ist einer ausgeschaltet. Und wir können uns das hier in Ruhe holen. Und ich möchte da auch nochmal rein. Nein, ja. Okay. Seid gleich in Position. Ich will, dass sie zeitgleich rüber gehen, damit die Erfahrung kriegen. Weil wenn ein feindliches Schiff zerstört wird, gibt es Erfahrung, aber die kriegen das nur, wenn sie im selben Gravitationsfeld sind. Außerdem erhöht es natürlich den R-Schlagschaden quasi, wenn so viele wie möglich gleichzeitig da eintreffen, könnte man feindliche Schiffe ausschalten, bevor was passiert. Er hat nichts mehr. Der ist hinüber, der Gegner. Da muss man sich eigentlich keine Sorgen mehr machen. So. Ich greife schon mal den Hauptplaneten an. Aber im Grunde haben wir ihn zerstört. Da können wir ja immense Laderäume. Warten wir nochmal ein bisschen, bevor wir da weitermachen. Ich würde gerne noch mehr Panzerung reinbringen. Unsere Flotte wird angegriffen. 1700. So. Ja, jetzt ist er hier mit ein paar Schiffen. Aber was ist das schon? Der Hauptplanet hält eine Weile durch. Aber im Grunde war es das. Unsere schweren Kreuze sind auch nicht gerade schwach inzwischen. Äh, wir könnten Flak-Fregatten gebrauchen. Geben wir nochmal Angriff. Äh, Bombenfregatte. Wir haben die Korvetten noch gar nicht erforscht. Torpedofregatten. Effektiv gegen Strukturen. Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht. Abfangen. Die Abfangfähigkeit erhalten sie. Sehr gut. Forschung abgeschlossen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ja, ich mache mir da keine Gedanken. Auch wenn wir was verlieren. Okay. Er hat eine Menge kleine Schiffe. Zieht ihr euch mal hierhin zurück. Und ihr zieht euch da hinten hin zurück. So, dass die alle in Feuerreichweite der Großkampfschiffe sind. Die können nämlich auf viele Ziele gleichzeitig schießen. Das ist so der Plan. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So, jetzt sollten die auch langsam kommen. Aber den Planeten sollten wir gleich haben. Ja, wir sind hier gerade im Kampf um die Hauptwelt. So. Geht mal hier mit rein wieder. Hier auch. Du hast ein Level up. Raketenhagel bombardiert im Zielbereich. Sehr gut. Nehmen wir mal. Okay, das war's. 150 noch Struktur. 100. 10. Wir haben den Hauptplaneten eines Gegners ausgelöscht. Das war es. Er wurde vernichtet. Die Welten existieren noch. Greift in die Schlacht ein. Aber im Grunde war's, dass wir ihn. Jetzt kann er nichts mehr tun. Sehr gut. So. Und jetzt fast die Schäle verloren. Ja. Schauen wir mal, wie sie sich noch schlagen. Jetzt sind hier auch ihre Großkampfschiffe. Gehen wir mal auf ihn. Den werden wir mal zurückziehen. Okay, das gucke ich ja mal ganz kurz. Dafür pausiere ich sogar. Hier. Okay, das schaffen die. Dafür ist die Sternenbasis einfach schon viel zu stark. Ähm. Wo noch? Da nicht. Okay. So. Dann nehmen wir nochmal unsere Flotte 1. Das Schiff hier. Und ziehen ihn direkt zurück. Wir sind unterwegs. So. Gut. Wird ja schon packen. Unterbrechungsmatrix. Ein bisschen mehr Antimaterie. Schadet nicht. Wo soll ich hin? Da soll ich sich zurückziehen. Aller auf ihn hier. Dich ziehe ich auch zurück. Wenn die Schlacht vorbei ist, bauen wir mal ein paar Großkampfschiffe. Oh, sehr schön. Greif ihn an. Ihr beide hier auch. So, warten wir mal bis er raus ist. So. Ihr Freund und Helfer. Alle auf ihn hier. Grundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten. Wir können nochmal einen, nehmen wir nochmal einen Jagdgeschwader dazu. Können wir gut Bombe abfangen. Und verstärken noch die experimentellen Schäden. Er hat keinen Grund, sich zurückzuziehen. Seine Heimatwelt ist vernichtet. Deswegen kämpft er auch bis zum Ende. Und wir haben bisher alle schweren Kreuzer behalten. Okay. Das haben wir. Sehr gut. Wie sieht es hier aus? Ja, es hat mir auch gewonnen. So. Dann möchte ich jetzt hier... Die Konstruktionsbuchten. Und dann die Handelseinrichtung. Die muss ich erstmal suchen. Wo ist die überhaupt? Zusatzregierung? Nein. Da. Weltraumhandel. Phasensprunginheatoren. Das sehen wir auch. Sicherheitsüberbrückung. Nein. Selbstverstörung werden wir nicht einleiten. Bestärkte Verteidigung. Wir machen erst die Hülle. Aber zuerst bauen wir ein Großkampfschiff. Bauen wir mal eine neue Flotte. Dafür möchte ich den Träger. Grinalkreuzer. Schlagkreuzer. Ist natürlich ein Hilfsschiff. Das ist ein Unterstützungsschiff. Wir nehmen erst mal den Träger. So. Und unterstützen werden wir natürlich mit weiteren Trägern. Das wird so eine Hilfsflotte werden. Auch mit ein paar anderen Hilfsschiffen. Gut. Das schaffen die. Der hat ein Level Up hier. Auch mehr Türer nehmen. Die Schiffe sind auch wieder fit. Schicken wir mal rüber. Und dann haben wir hier die Heimatwelt. Dann ist es nur noch Aufräumen angesagt. Hier haben wir abgeriegelt. Dann gehen wir rüber nach Ganymede noch. Und vor allem sparen. Wir können mal Metall verkaufen. Markt bricht gerade zusammen. Aber ist okay. So. Starke Reaktorverbindung. Was bringt uns das hier? Antimaterieerhöhung. Und Regeneration. Schadenskontrolle bringt uns Hülle. Über zwei Stufen. Von Großgangsschiffen. Wende Manöver. Ja. Brauchen wir auch unbedingt. Perfektionsantrieb. Störungsimmunität. Nehmen wir. Was für Stärkung? Schlacht. Okay. So. Aber das soll es jetzt auch von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe sie hat euch gefallen. Und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.